Keine Sorge um ihre Augen, sie sehen nicht doppelt. Dies sind die schnellsten Marathon-Zwillinge Deutschlands, Lisa und Anna Hahner. 42,195 Kilometer, ein Ziel vieler Läufer und für diese beiden vor allem eine große Freude. Wie unterscheidet man die Zwillinge eigentlich? Anna trägt Ohrringe und den Scheitel links, Lisa außerhalb des Sports eine Brille und den Scheitel rechts. Ein doppelter Hingucker der deutschen Laufszene.